Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Danke, dass ihr da seid und ja, vielleicht kannst du etwas, wir machen keine Q&A, weil wir wollen gerne Bayern, wir haben danach die Möglichkeit, zusammen ein Prosecco zu trinken und danach Musik zu hören, wir haben Budget, aber Christian, kannst du etwas über den Film erzählen? Ich habe mich auf diese Stoffe gekommen, das ist so besonders, ich bin hier auf den Stoff gekommen, also, das sind ja ganz viele Einflüsse, die da über Jahre, ähm... Ich bin hier auf den Film.